Hallo, hallo! Hier ist wieder Ruffy mit... Elgastor Oli! Und wir machen heute mal wieder Bomberman Battle! Ja, das war's eigentlich, was man sagen will. Juhu! Ich sollte mal anfangen. Und wir spielen heute mal mit Computer, weil wir uns in der Lage dazu fühlen und wir spielen auf Level 2. Das lässt sich jetzt einfach so voraus. Welche Stage wollen wir nehmen? Die Licht Stage! Die Licht Stage! Lasst euch überraschen, was das ist! Das ist neu, schon was das ist. Die Licht Stage! Huuu! Sucht uns! Denn ich weiß das aber nicht, aber... Ich bin im Kegel... Ich bin im Kegel! Blau hat mich angesteckt! Blau hat mich mit irgendwas angesteckt! Raffi ist weiß! Ich bin tot! Raffi ist dort! Toll! Blauuu! Rot! Was wollt ihr alle von mir? Sie haben sich jetzt alle gegenseitig angesteckt! Und gegen Bomben! Raffi ist Blauköppchen! Rot ist Blauköppchen! Das ist vielleicht gut! Und du bist gleich toll! Wenn ich es nicht aufpasse! Hat jetzt Rotkäppchen gewonnen? Das war ja spektakulär, was du hier wolltest! Was? Ich habe länger überlebt als du! Nur weil ich von Blau angesteckt wurde mit einer Krankheit! Ja! Schwarz ist schlecht zu sehen! Ja! Totenköpfe! Ich will kein Totenköpfe! Nein! Totenköpfe sind schlecht! Alter Mann ey! Oh schade! Rot hat sich schon wieder hier gegen mich verbrochen! Rot ist böse! Ne, Rot hat sich angezündet! Ah! Die sind auch noch Blau! Rot! Blau! Grün! Schwarz! So! Da ist was zu wissen! Violett! Wo ist eigentlich der... Wo? Ich bin hier... Au! Ich wurde gesprengt! Ist Blau noch da? Ja, Blau ist auch noch da! Aber Rot ist Blau! Rot ist... Blau ist unsichtbar! Ah! Blau! Hallo! Rot ist unsichtbar! Rot ist da oben! Ah! Ungelegte Bomben! Du! Ich habe keine Bomben gelegt! Natürlich! Nein! Ah! Siehst du das? Ja! Die hat jetzt auch keiner gelegt! Doch! Rot! Weil Rot in den Totenkopf gegangen ist! Ah! Was ist hier los? Es ist ja gar keine Absperrung zwischen Rot und Weiß hier! Keine Absperrung! Direktes Durchkommen heute! Aber heute! Geh mal weg! Geh mal weg! Ach, wir können keine Bomben legen! Toll! Die beide nicht! Wo bin ich? Wo bin ich? Nein, Rot! Weichen von mir! Geh weg, Rot! Blau ist tot! Ah! Ich habe Blau tot gemacht! Rot! Verschwinde! Verschwinde, Rot! Geh weg! Dich will keiner! Da bin ich! Ich bin im Licht! Ah! Wie, du bist im Licht! Rot! Ja! Rot ist doch Rot! Ein Kampf! Wer wird im Licht sein! Du nicht! Ich bin im Licht! Wann kommt die Wand? Ah! Schieß doch hier nicht! Schuss! Oh! Oh! Wo bist du denn? Ah! Guck mal hier! Drei Totenköpfe! Ah! Du bist tot! Ja! Ich bin langsam! Wand! Da flackert das Licht! Wand! 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 Ne! Heute nicht! Rollschuhe! Blau ist tot! Mann! Mann! Rot hat mir alles geklaut! Mann! Du bist human! Hallo! Weiß! Rot! Blau! Rot! 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 Wer ist denn? Ah! Wir sind alle tot! Ah! Draw Game! Alle tot! Alle tot! Alle zu doof! Dum dum! Dum 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 dum! Ich hätte es fast geschafft! Fema! Die Crea-Prozessorin! Und du bist gegen Grün gelaufen! Ja! Das mussten wir erstmal nachmachen! Wer ist denn Grün? Die Pflanze! Das sind keine Pflanze! Nicht? Oh! Guck mal hier! Der hat einen Fehlzünder! Blup! Wo ist denn hier der Fehlzünder Blup? Na! Rot hat den Fehlzünder gezündet! Blup! Komm Rot! Stirb! Tu mir den gefallen! Ich bin im Licht! Ah! 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 Ich hab mich angesteckt mit irgendwas! Du hast nicht mit irgendwas angesteckt! Bist du tot? Ah! Was ist hier los? Na! Weil ich angesteckt worden bin! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich seh mich nicht! Ah! Ah! Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Du bist da! Irgendwo oben gewesen! Da bin ich! Oh! Jetzt bin ich weg! Du warst unsichtbar glaub ich! Ja! Blau hat gewonnen! Der alte Mann hat gewonnen! Ach komm das zählt nicht! Ich würde es jetzt gewinnen müssen! Wir hätten alle einen Punkt! Ja! Mich lächst ja keiner gewinnen hier! Du bist einfach zu schlecht! Ah! Bomben für mich! Meins, meins! Blau ist unsichtbar! Blau ist schon wieder unsichtbar! Was? Ich seh mich schon wieder nicht! Ich bin auch unsichtbar! Ich hasse dieses unsichtbar! Wo ist Blau? Blau ist unsichtbar da! Wo? Wo ist da? Ich seh es nicht! Oh! Ich bin tot! Toll! Jetzt hab ich eine Blau-Ausschau geeignet! Blau ist unsichtbar! Ich seh Blau! Jetzt sind sie beide lahm! OPA! SENIORENBOMBAMAN! Computer gegen Computer! Rotköppchen gegen alter Mann! Ähm... Wer gewinnt? Bei alter Mann stimmt sogar Seniorenbomberman! Was? Aber nicht bei Rotköppchen! Na komm, macht mal ein bisschen Lack! HENNE! Komm schon! Ich bin ja für Rotkäppchen! Hm... Ich nicht! Der Rotkäppchen hat gewonnen! Naja! Hast du viel zu spät gesagt! Hat der Rotkäppchen schon gewonnen gehabt! Wir sind schlecht! Computer ist voraus! Nein! Computer ist mir zu gut! Ja! Computer ist an die Dunkelheit gewöhnt! Ist nicht! Ja, Computer kann im Dunkeln gucken! Ah! Blau ist schon wieder unsichtbar! Dann bleibt mir ja weg, Blau! Ich siehste noch gar nicht! Blau bleibt weg! Ich sperr mich jetzt ein halt! Ich werde mich so lange an, wie sie blau wieder sehen! Ich wurde von Blau vernichtet! Ah! Blau, Blau, Blau! Witz! Hit! Hit! Ich seh Blau wieder! Ah! Blau, 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 Blau! Alter Mann bleibt mir vom... Ich steh nicht auf alte Menschen! Blau ist tot! Dein Erster Boden! Ich hab mich irgendwas angestellt! Nee, ich hab' ich nicht angestellt! Ich bin unsichtbar! Nein! Du hast gewonnen! Ich hab' gewonnen! Ey! Siehste, das hat ne Wirkung mit dem Einsperren! Ich sperr mich die ganze Zeit jetzt ein! Dann kommt mir keiner hinterher! Dann gewinn ich irgendwas! Nee! Wollen wir machen was hier nicht! Wiss ich nicht! Ich hab'n Boxer ein Stück kaputt! Mann! Ey! Bleib mir doch mal weg hier! Ja! Was soll das? Toll! Ey! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin um oder um! Blau hat mich schon wieder getötet! Ich bin das nicht wertet! Was? Ich kann hier schon wieder... Oh Mann! Alter! Rotkäppchen! Ey ey! Rotkäppchen! Rotkäppchen! Ihr könnt keine Bomben legen, Mann! Dann nehme ich halt die Boxeranschuhe! Ah! Er ist unsichtbar! Pass auf! Er ist unsichtbar! Wo soll ich mich denn verstecken, wenn jemand unsichtbar ist? Im Licht! Ah! Wo bin ich denn jetzt? Scheiße! Ah! Da unten bist du! Ah! Ah! Oh! Bleib doch bloß nicht stehen! Nein! Wer ist denn hier noch am Leben? Na, rot! Rotkäppchen! Rotkäppchen und die Wand! Äh! Rotkäppchen und die Wand! Lass mich! Ah! Wieder unendlich schnell! Super! Rotkäppchen hat gewonnen! Und es flackert das Licht schon wieder! Eine Treppe! Schon wieder! Ja! Es geht doch nicht! Das Rosi gewinnt! Wir verdienen ihn gegen den Computer! Ja! Der ist ans Licht gewöhnt! Äh! Die Doppelheit! Na toll! Ich will lieber den Totenkopf haben! Ah! Alter Mann! Das ist meine Bombe! Kommt! Ihr kriegt jetzt alle in Totenkopf! Jetzt könnt ihr alle keine Bomben mehr legen! Oh! Nö! Nicht schon wieder schnell gehen! Ich mag schnell gehen und Licht äh! Nicht äh! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich kann keine Bomben legen! Hallo! Nö! Nö! Scheiße! Warum hab ich den anderen genommen? Äh! Mist! Also die Bomben sieht man hier schlecht im Dunkeln! Ich sehe allgemein hier nix im Dunkeln! Da ist ein Hildzünder! Vielleicht sehen sie den ja nicht! Oh! Schade! Hochgegangen! Na was? Wie ist es mir so langsam? Na weil er aber Dings genommen hat! Laus schon wieder sind die Rohr und... Brot ist auf Droge! Rotkäppchen wird gewinnen! Nö! So wie das aussieht, gewinnt hier keiner! Die Wand kommt! Nö! Die kommt erst bei einer Minute! Siehste? Hurry up! Hurry up! Hurry up! Wer gewinnt gegen die Wand? Niemand! Rotkäppchen hat erst mal ne Bombe legt! Blau legt doch die ganze Zeit Bomben! Jetzt verstecken sich beide in einem... Es legt dann noch ne Bombe weg! Yay! Bomben! Sie bewegen sich absolut synchron! Ja! Das ist der Computer! Die können halt nichts! Oh! Na da hätte Blau jetzt nicht stehen bleiben sollen! Rotkäppchen hat gewonnen! Oh! Alle gegen Rotkäppchen! Auch Blau! Los! Blau! Gegen Rotkäppchen! Blau ist nicht auf unserer Seite! Blau ist der Computer! Rot ist auch der Computer! Die sind alle gegen uns! Ich weiß! Aber ich kann nochmal Blau sagen! Er soll gegen Rotkäppchen spielen! Die werden alle gelenkt von dem Computer! Ich muss wieder aufpassen! Und was hat der schon wieder, dieser Blaue? Der kriegt immer nur Krankheit! Ständig ist der krank! Aber er stirbt nicht! Rot, sterb doch mal! Ich schick dir die ganze Zeit Bomben runter! Du wolltest mich grad einsperren, Blau, ja? Das hab ich genau gesehen! Blau bleibt mir nochmal von der Rucke! Hey! Rot ist tot! Hey! WTF! Wieso lauf ich so schnell? WTF! Na toll! Blau ist... noch da! Rot ist weg! Ja, Blau ist grad Senior! Du Senior! Scheiße aber auch! Entschuldigung! Warum sprengst du dich denn selber? Scheiße aber auch! Das war nicht sehr spektakulär! Ich hab das nicht gesehen! Okay! War zu dunkel, ja? Dass ich zu tief stand! War zu dunkel! Wir müssen Rot schon wieder ausschalten! Und Blau! Jetzt kümmere dich doch mal um Blau! Ich kümmere mich hier um Rot! Okay! Alter Mann! Warten sie auf mich! WTF! Ah! Rot ist unsichtbar! Ah! Ich kann Rot nicht sehen! Wo ist Rot?! Ich mag Rot auch nicht! Rot steht irgendwo hier unten! Wo ist Rot?! Ah! Rot hat mich bestrengt! Nein! Also ich bin schon mal raus! Ich seh... Ich seh Rot aber ich seh Blau nicht mehr! Blau ist unsichtbar! Da ist Blau! Ah! Ah! Lass mich in Ruhe! Bleib da nicht stehen! Das ist nicht die Bombe! Pass auf! Ich sperre dich ein! Ich lauf weg! Lauf, 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 lauf! Du kannst du mir keine Bomben legen! Ich kann keine Bomben! Ja! Schau mal Blau ist in ihr Ohr! Aber ich kann keine... Ah! Bomben widerlegen! Ja! Ich hab den Blauen umgebracht! Oh! Rotkäppchen bleibt mir weg! Du sollst aber Rot töten! Ja! Ich hab da jetzt mal Blau jetzt weggetötet! Und ist das Spiel vorbei! Das sieht jetzt aus! 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 Die Wand! Ah! 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 Topsiii! Ah! 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 Du hast verloren! Du hast verloren! Du aber auch! Na, ich war gut! Ah! Ah! Laula! Ah! 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 Du hast Grünhand! So jetzt machen wir aber in eine andere Welt! Ah! Die ist doof! Ah! Nee! Die ist nicht gut! Die nehmen wir! Die ist lustig! Die ist lustig! Die ist lustig! Die kenn ich gar nicht! Natürlich kennst du die! Ah doch! Die kenn ich! Oh neee! Die haben wir das letzte Mal schon ausprobiert! Ah! Nein! Ah! 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 Mein Gott! Der Computer kennt dieses Warfen schon! Gar nicht! Oh! Wo bin ich denn überhaupt?! Scheiß mal! Wo bin ich denn schon wieder?! Du warst da gerade beim Warp! Bei der Warp Zone! Ja! Wer hat die goldene Flamme eingesammelt? Das ist doch nicht! Bin nicht mehr da! Wer hat die goldene Flamme eingesammelt?! Rot oder blau? Uah! Hi! Das Taxi hat mich grad abgelenkt haben! Jaja klar! Schieb's aufs Taxi! Die hat mich geschmust! Ja! Der hat mich geschmust! Der hat mich zu tone geschmust! Au! Ich bin tot! Nicht wahr, Taxi? Für wen bist du für blau oder für rot? Ich bin für orange! Für grün? Wir sind für grün nicht, wa? Nee! Rot hat gewonnen! Mensch! Was ist das denn?! Wir sind für grün! Ich komm mit jetzt überhaupt nicht klar! Ja! Du hörst die doofe Welt hoch! Ja! Wir müssen doch hier ein bisschen was zeigen! Yeah! Entschuldigung, Taxi! Ich hab eine Flamme! Was macht denn diese Flamme? Die macht unendlich viel Karma! Nein! Von Herz! Warum kann ich hier langgehen? Pass auf! Du hast jetzt hier unendliche Feuerlänge! Warum kann ich da nicht langgehen? Wo langgehen? Kann doch langgehen! Na! Darunter gehen! Pass auf! Deine Feuerlänge geht jetzt einmal komplett über das ganze Spielfeld! Nein! Setzt mich doch nicht unter, Droh! Ich sag's dir ja nur! Ja, Taxi, hau ruhig wieder ab! Hier wird nur rumgeschrien! Woaaah! Ich bin rot! What the fuck! Was hat ein Rot da gerade gemacht? Hast du das gesehen? Nein! Taxi hat abgelenkt! Aaaaaaah! Wir möchten raus! Tschüss! Die hat rot gewonnen! Weil du aufgestanden bist! Ich hab nur noch Taxi rausgelassen! Oh ja! Das ist leider alle! Hier ist rot viel zu rot! Die springen jetzt rot! Alle gegen rot! Blau! Stopp! Alles gegen rot! Ich legst hier einfach mal eine Bombe und gehst dann wieder, ja? Hallo! Bombe! Tschüss! Bombe! Tschüss! Hallo! Tschüss! Bombe! Hier, Feuerlänge! Wo bin ich denn schon wieder? Na unten! Du blinkst! Du bist unsichtbar! Du bist weg! Ich mag diese Welt nicht! Ich seh mich immer nicht! Ich warte hier mal! Ah! What the? Was? What the fuck! Gott hat sich gesprengt! Wo ist blau! Oh ja! Wir müssen gleich mal die Welt! Wo ist blau! Wo ist blau? Wo ist blau? Wo ist blau? Da oben! Da ist blau! Der hat sich grad wort geworbt! Nein! Nein! Ah! Oh Gott! Ey! Muck hier nicht auf! Weg! Kau ab! Ich geh weg! Boah! Boah! Was ey? Der kann da reinworben? Mit Bombe? Kann der Bombe hier reinschießen? Ja! Ich kann das nicht! Der hat er aber grad gemacht! Ich kann das nicht! Ja! Taktisch! Gut! Durchgeplant! Alles durchgeplant! Ich worb mich jetzt noch! Weggeworbt! Ich hab'n Bock gehalten! Nun nicht! Ah! Dann ist das meiner! Nein! Dann ist das nur mit mir! Ah! Totenkopf! Was soll ich mit dem Totenkopf? Ah! Blau! Ich doch nicht! Vielleicht kann Blau eine Party machen! Nein! Ich glaube keine Party! Ah! Rot! Rot ist tot! Blau! Geh weg! Oh Blau! Hast du Just gesehen? Er hat einfach mir alles geklaut! Ich möchte auch immer! Das meins! So! Hi! Ist schon wieder Blau! Blau ist da unten! Blau ist da unten! Sorry! Blau ist da unten! Da war ich einmal zu schnell! Blau besiegen! Blau besiegen! Blau besiegen! Wo komm ich unten raus? Da in der Mitte! Wo ist schon wieder Blau? Da unten! Warum bleibt er stehen? Achso! Wegen seiner Feuerlänge! Wegen der Bomber! Pass auf! Ja! Mensch! Ich pass doch schon auf! Wo kommt der Ding jetzt womöglich raus? Nö! Jetzt da oben! Da oben! Siehste! Ich hab's ja doch gesagt! Das war nur geraten! Jetzt da unten! Jetzt in der Mitte! Jetzt links! Jetzt rechts! Oh! Du hast dich gesprengt! Jetzt rechts! Jetzt links! Mann! Nö! Du musst gerade aus! Die Wand! Ja! Ich weiß! Wand! Wolltest du nicht der nächste Deiner sein? Ja! War ja auch fast meiner! Ey! Blau! Was? Was macht denn blau da unten? Was macht denn rot hier unten? Die legen alle blommbomben und gehen dann wieder! Guck mal, Blau chillt da unten so! Weil er kann halt nichts machen! Und wer ist tot gegangen? Nein! Aber wir waren gerade so viele Einsammeldinger da! Guck mal weg! Ich hab blau gesprengt! Ah! Ich kann nichts legen! Ich kann keine Bomben legen! Alles kaputt! Oh! Rottet sich auch gesprengt! Super! Das wird noch ein Turnier gegen uns beide! Bis die Wand kommt! Die Wand! Na dann geh ich erstmal walken! Hallo! Hi! 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 Ich brauche ja mal ein paar E-Tames! E-Tames! Ich kann sie nicht kommen! Eine! Damit kann man ja eigentlich gar nichts machen! Ich brauche E-Tames! Ah! Bleib bei hier stehen! Ich kann keine Bomben schießen! Hi! Hey! Bleib bei mir stehen! Hi! Dann geh ich mal hier hin! Dann geh ich mal da! Hey! Hi! Hi! Oh! Tschüssi! Hi! Yay! Feuerlänge! Hier ist eine Bombe! Los! Zünde die Bombe! Jetzt kann ich sie schießen! War zu schön! Yay! Zwei Punkte! Das ist ja da wirklich meine! Ja, das hast du schon mal zwei Runden gewährt! Ja! Gestern habe ich die ganzen Runden gewonnen! Du wolltest keiner zugeguckt hat! Und jetzt bin ich wieder aufgereiht! Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? In der Bitte! In der Haus! Feuerlänge! Bombe! Boah ey! Kann ich jetzt mal rauskommen? Rot! Geh tot! Nein! Geh tot! Rot! Stirb! Yeeeey! Ich hab's gekriegt! Hingekriegt! Jetzt musst du noch fern! Hallo, ich bin ein größer Fein! Ich bin weiß und du schwarz! Das spricht doch schon für sich! Ja, ich weiß! Du schwarz! Du bist doof! Schuss und Tor! Super, oder? Nein! 3 Punkt, denn ich liege vorne! Jetzt kann ich mich wieder ausrufen! Ach, ich stehe immer ne Runde rum! Nee, jetzt hab ich keine Nostrein, jetzt hab ich hier einen Vorteil gegeben! Ja, ich besieg immer die anderen, ja? Nee, gar nicht! Du hast ja wohl, ich hab ja wohl Rot ausgeschaltet! Ich hab Blau ausgeschaltet! Ja, das ist doch richtig! Den alten Mann! Jetzt gehen wir hier so lang! Oh, Feuerlänge, Feuerlänge, Feuerlänge! Boah! Hast du das gesehen? Der war ganz ließ! Das ist wohl schon wieder tot! Glaube! Feuerlänge! Blauuu! Feuerlänge! Äh! Sag mal, bist du bescheuert? Beschütet! Hast du das gesehen? Hab ich gesehen! Oh Gott! Ich geh weg! Wo bin ich? Hallo! Ich geh weg! Wieso gehst du mal weg? Ich hab keine Lust mit dir Party zu machen! Guck mal! Wieso steht eigentlich Blunderdotes rum? Äh, bei Bombe! Hast du gemerkt? Ja, ich hab das gemerkt! WAH! WTF! Geh weg, geh weg! Schick mich nicht an! Das wird jetzt lustig! Schick mich bloß nicht an! Ich geh weg! Ich hab ja gesagt, das wird jetzt lustig! Das war doof! Ja! Grüß dich! Alter Mann hat gewonnen! Ich bin immer noch vorne, ich kann mich noch ausführen! Ich hab noch Freiheit! Ich hab noch Freiheit! Ja jaja! Ich sag mal Rutsch, wieder langsam! Was will denn Blautschein wieder hier? Was wird schwarz schon wieder hier? Ach, ich bin ja 이상! Du bist schwarz. Mhh! Warum verfreut mich eigentlich hier rot ständig? Hai rot! Das goldene Feuer, ja, uh! Ich bin OPA! Ja Blau auch! Hier sind alle Irgendwas Opa! Außer ich! Weil ich Sie alle angesteckt habe! Oder Sie mich, oder? Oh! Oh, ich wurde ge-explodiert! Oh, meine Chance! Ja, blau wurde auch ge-explodiert. Meine Chance! Den ersten Punkt zu machen! Ah! Warum out er denn schon wieder ab? Feuerlänge! Hol dir Feuerlänge! Ja, ich muss doch erst mal rankommen! Obwohl, du, pass auf! Ich hab dir gesagt, pass auf! Ja! Lenk mich nicht immer ab! Ich hab doch gesagt, pass auf! Ich bin auf deiner Seite! Obwohl ich gegen dich bin! Ja, ja!